Guten Nachmittag miteinander bei Oink Enterprise TV, Kaffeestübli TV Channer, jetzt mit mir und den Namen beraten Künstler, der einen auf Hebamme macht. Und wir hören Oink Enterprise Jam Radio auf Oink Enterprise TV auf Oink Enterprise Global International Lokal. Ja, willkommen. Oh, jetzt halb ich schon wieder vor der drunnen Video. Hast du das auch fast? Ja, das ist ja nicht da, ich wetsch. Ja klar. Schau mal, du kannst aufstehen und gehst mich da suchen. Ja, ja. Ich glaube, das wäre im Fall nicht Richtlinienkonform von der Schweizerischen Behördenstelle für Betreuung von schwerbehinderten. Was? Mann! Mann! Das ist die Woche von den Leuten, die mich auch machen können. Gestern habe ich einfach einen spanischen Gitarrenspieler im Pärkli versucht zu kissen. Das ist die Leute, die die Marte will gar nicht. Ich muss noch ein bisschen strecken. Ich habe mich gerade gefilmt, weil ich mich nicht analysieren kann, weil ich mich nicht traue mich zu wehren. Ja, wir machen jetzt hier eine Flirt-Education-Check. Für alle die da draußen, die gerne Flirten und nicht wissen, wie es geht. Also es wird jetzt gerade ein Pickup-Video. Du weisst schon, dass wir das nachher auf ein Pickup-Video bekommen. Ja, es hat funktioniert. Ich habe dich lacht bekommen. Aber nein, das war eine harte Vorbereitung. Das ist nicht einfach so. Galanterie vom Feinsten. Hallo alle zusammen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mir geholfen vorst und euch Freunde neben mir das Ganze nachher wird veröffentlichen. Nur du, Boynke Enterprise TV. Das ist so Input, schau. Wenn du verloren bist und nicht mehr was sagen kannst, kannst du dich inspirieren. Aber komm, wir können doch das als Pickup-Channel bezeichnen. Ja, Pickup-Channel. Willkommen, wenn ich das gleiche bringe. Ist es für die Jungen oder für die Alten? Für die jungen, scheuchen Buben, die so herzig und toll sind und nicht trauen, Frauen anzusprechen, obwohl sie eigentlich ein Problem haben. Ja, es ist viel zu spezialisiert. Ich will nicht nur über junge, traumatisierte Männer, die von Vögel reden wollen. Das betrifft zu viel. Und das betrifft zu viel nicht. Und das ist ungerecht. Weil jemand etwas wahr betrifft. Das Palzverhalten der Stockenden. Ja, Channel. Aber du hast das vorhin gesagt, Pickup-Channel? Pickup-Channel! Ja, das ist ja undefiniert. Ja, aber wir sind darüber streiten. Ja, wir können zum Beispiel das picken und ö 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 ö. Regel Nummer 1. Nicht allzu viel den Frauen widersprechen, weil das geht dann einfach mit der Zivil-Kontalen-Versage und dann fängt es an mit irgendwelchen feministischen Diskursen. Die wenigsten Frauen machen das im Falle. Für sie interessieren. Es gibt ein paar, die sind klar, als Feministinnen und Welt, wo sie selber definieren und dann dogmatisieren sie ihre eigenen Dogmen. Um sich legitimieren in ihrem eigenen Balzverhalten, wo sie in den 2000 Jahren auch die Perversion der christlichen Community haben. Ja, wo die Sünden etc. Alles was geil ist, ist eine Sünde. Keine Meinung nach, sind wir auch verdorben. Ist ja irgendwie ausgemacht oder etwa nicht. Wo sie was haben? Ihr Balzverhalten, wo sie was haben? Du kannst das Video nochmal schauen, gerne. Nein, du hast den Satz fertig gemacht. Ich kann es ja nicht nachher schauen, wenn du ihn noch nicht fertig gemacht hast. Es passt. Jetzt geht es so musikalisch in den Anfang. Das ist Chopin. Das ist schön. Aber genau das. Möchtet das nicht mit euren Frauen. Sonst habt ihr verfolgt. Nein ... Möchtest du so? Es ist May glänzu. Oh, he he. Warum? Du sagst mir aber etwas 안lapping? Also komm, du kannst das Ink�를rechenchen rein castig together. Ja,chod toplam. So hast du auch gut gut gedacht. Was ist denn da? Spannung.. So zwei Spannungen zwischen euch, das geht nicht. Das machst du eh noch schwer, oder? Wie kann es überhaupt überhaupt schwer beidrückt sein? Aber mag es? Ja. Du weißt, das ist ein Wachstum. Ja, das ist eigentlich meine Idee von Massage, dass sich jeder massiert, aber am anderen. Und das ist eigentlich fuureffizient. Da noch dabei ist so aufgebaut, dass sie einfach ineinander... Es schmeckt sich einfach an, es ist eine Frage vom sich selber schauen, nicht aufeinander. Und dann ist es einfach magisch automatisch. Dann kann man anfangen. Schau mal, was da kommt. Ja, selbstloch. Rego, ich liebe dich. So eine geile Sache. Es würde mir gar nicht mehr dazu geben von mir. Und hier, öffne doch auf Youtube, wir scheisse drauf. Wäre ja nicht eine geile Sache, hätte ich mir nicht gerne. Und das wäre ein Foto für mein Bonetre. Das ist eben Bonetre. Das ist ein Bonetre. A Bonetre. A Bonetre. B Parina. ểst tragisch. Tja, wöschte dich auch. A Bonetre. Lebst du irgendwie? A Bonetre. Was gibt es denn? Ein gutes, unabhängiges Weibli weiss in dem Moment, wo sie einem Mann ein gewisser Gefälle machen muss, weil er sich dann gut fühlt und weil es ihr dann auch besser geht, wenn sie schaut, dass es ihm gut geht. Das ist auch die Aufgabe der Weibli. Okay, okay. Ein Weibli muss zwar alles selber machen können, aber sie muss auch wissen, in dem Moment muss er etwas für sich sein. Das ist wirklich geil, Mann! Mhm. Kannst du es? Nein! Also, etwa gleich gut wie die Weibli. Kannst du es, kannst du es. Das ist schwierig. Oh! Das kannst du nicht, du hast keinen Schocken. Nein, das kann er für mich. Das ist wirklich schwierig. Je nachdem, weißt du. Ach, das ist super schwierig. Je nachdem, aber es wird gewonnen. Ich bin ein Schuss. Ach, alles 92. Wir müssen die wir damit machen. Wir müssen es einfach aufs Klasse Premiselexabel 거래 Jaguarom Wie die Menschen sind, wie die Gottes Gott ist, die Leute profitieren, profitieren die Profis machen. Profitieren vor allem im Lagerraum. Was sagen wir, wo wir jetzt sagen, es geht nur um die Stabilisierung, es geht nur um die Stabilisierung. Ich sage, es geht nur um die Stabilisierung. Es geht nur um die Stabilisierung. Ich sage, es geht nur um die Stabilisierung. Ich sage, es geht nur um die Stabilisierung. Vielen Dank. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.